Moin Freunde, was geht? Es ist Winterzeit, Winterzeit. Ihr seht, Holy Calendar ist da, erste Tür schon geöffnet. Ein wunderbarer, ich darf es euch nicht sagen, wenn ihr nämlich selbst jetzt noch nicht geöffnet habt, gestern war der erste, meine freundliche Erinnerung. Übrigens, ihr fragt immer, wo ich so die T-Shirts her habe, ne? So, das hier, Daryl Dixon, I Survived Christmas. Ich glaube, dass ich den von meiner Ex-Freundin bekommen habe, ich weiß es nicht mehr so sehr. Die gibt es genauso wie COD-Shirts bei Amazon. Da braucht ihr irgendwie auch gar nicht viel so eingeben. Und weil ich ein geiler Typ bin, werde ich euch einfach zeigen, wie das aussieht. Das heißt, ich nehme euch mit. Guck mal, ist voll easy. Wenn ihr jetzt so sagt, oh, ich habe voll Bock irgendwie auf ein COD-Shirt oder sowas, dann braucht ihr gar nicht viel machen. Ihr gebt einfach, guck mal, es ist so richtig einfach. Ihr gebt einfach das hier ein und dann guckt ihr euch halt an, worauf ihr Bock habt. Also, mehr braucht ihr nicht tun. So, 19 Euro. Ich glaube, das habe ich sogar in, ich weiß gar nicht, in Grau, Grün oder Schwarz. So, 19 Euro plus Versand. Die Qualität ist okay. Ihr dürft es halt nicht so rum waschen, sondern andersrum. Und das gibt es für, ich weiß nicht wie viel COD-Games. Und klar, da ist Activision hinter, aber ich kann es dann auch irgendwann nicht mehr verstehen, dass man sich nicht mal für 19 Euro ein Shirt kaufen will, wenn man COD für 70 Euro gekauft hat. Also, nur der Tipp für euch, wenn ihr irgendwie Bock habt auf irgendein spezielles COD-Shirt, ich finde die ganz angenehm. Mir wurde mal gesagt, mit Anfang 30 darf ich solche Shirts nicht tragen. Ich finde es auch faszinierend, dass Leute für andere bestimmen wollen, was sie tragen dürfen und was nicht. Aber gut, jeder, wie er das für richtig hält. Hier gibt es auch so Gulag-Shirts, Warzone-Shirts. Also, mehr als genug. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr sowas haben wollt. Und ich glaube, dass wir dieses Ding hier auch noch bekommen, was ich gerade anhabe. Das ist, wenn man zu viel zu schnell tippen möchte. Ich bin Negan zum Beispiel etwas, was ich mir schon länger mal angeguckt habe, werde ich mir vielleicht auch demnächst bestellen. Soll ja auch in Season 2 oder 3 eine The Walking Dead Kooperation in COD kommen. Und sowas natürlich mega. Mein Problem bei sowas ist, bei so viel Druck, das ist dann immer so ein Druck, der so, ich weiß nicht, aufgestanzt ist oder sowas. Und das wäscht dann immer so schnell raus. Aber beste Serie überhaupt. Aber das soll ja gar nicht Thema sein heute, sondern Season 1 kommt. Und zwar am 6. Dezember. Das ist, wenn ihr das Video heute seht, 3 oder 4 Tage hin. Kommt drauf an, wie schnell ich das hier geschnitten bekomme. Und diese Season ist endlich, wirklich endlich, möchte man sagen, eine Season, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe ja am Anfang von MV3 gesagt, das Game hat alles, was es braucht, damit man ein Jahr Fun haben kann. Aber wenn in den Seasons kein Content kommt, wird es schnell langweilig. Und das hatten wir ja in so vielen CODs jetzt, wo dann pro Season eine neue Map kommt, eine Remake-Map und zwei Waffen. Das war die ganze Season. Da denkt man sich so, ja, nee, das hält mich jetzt nicht so 6, 8 Wochen bei der Stange. Und gestern ist dann endlich die Roadmap gedroppt und die möchte ich euch zeigen. Und dazu gibt es etwas, was ich euch unbedingt zeigen muss. Und schaut hin. Season 1 bedeutet ja vor allen Dingen auch, die Warzone-Integration findet statt. Es wurde gerade bestätigt. DMZ wird nicht integriert. Das heißt, DMZ kriegt kein Update, keine Contents mehr. Wenn ihr DMZ spielen wollt, wird es ein MB2-Movement sein, über MB2-HQ-Starter, irgendwas. Wird leider für den Modus gut, hat Spaß gemacht, wird leider nicht weiter wirklich populär sein. Aber Season 1 hat etwas und das ist etwas, worauf ich mich fast am meisten freue. Und das ist hier. Neue Killstreaks. EMP und Swarm. Und wer den Schwarm nicht kennt, darf sich das hier mal angucken. Ich bin so froh, dass wir noch mehr Streaks dazu bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Jahr die Streaks relativ underwhelming sind. Also so der VTOL wird entweder schnell mit Panzerbrechen runtergeschossen oder macht wenig Kills, obwohl die Karten ja relativ offen sind. Und der Schwarm, EMP, das sind 13 und 15 Killstreak-Serien, muss man dann erstmal erreichen. Schwarm, EMP und Hater alles in einer Runde erspielen. Oh mein Gott. Killstreaks machen COD einfach zu etwas Besonderem und ich freue mich sehr drüber. Aber ansonsten, lasst uns das hier halbwegs chronologisch machen. What Six Star ist ja die neue Warzone-Map. Wir kennen sie durch Zombies schon. Ihr alle kennt sie schon. Es wird wieder einen fahrbaren Zug geben. Es wird wieder horizontale Ziplines geben. Es wird Big Game Bounty Contracts geben. Quality of Life Updates. Da haben sie noch nicht so wirklich geschrieben, was das sein soll. Public Event wird dazukommen. Champions Quest wird dazukommen. Wir werden Battle Royale haben. Wir werden Plunder haben. Das dürfte für gefühlt die Hälfte von euch cool sein. Ist für Waffen XP 11 und XP generell 11 mega. Und ich muss persönlich sagen, Beutegeld hat ja auch kein SBMM. Macht einfach Fun zwischendurch. Ich bin froh, dass es hoffentlich auch von Anfang an dazukommt. Und dann wird es Resurgence geben. Leider, so wie das aussieht, auf Vondel und Ashika Island. Ich finde, beide Karten sind vom Fahrtspektrum her und vom Aufbau her so dermaßen deprimierend. Bin kein großer Fan davon. Aber Januar, Februar, März, April in diesen vier Monaten soll ja auch Rebirth Island und Fortune Skip zurückkommen. Und ich sage euch eins. Wir sind zwar nicht 100% beim Vanguard Movement. Aber mit dem jetzigen Movement Rebirth Island kann ich mir hervorragend vorstellen. Wird bestimmt zwei, drei Wochen wirklich knackige Gameplays geben. Stellt euch mal Rebirth Island, Fortune Skip vor mit MW2 Movement. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sollten alle froh sein, dass das nicht passiert. Neue Waffen kommen dazu. Und zwar die XRK Stalker. Das ist eine Sniper. Die wird im Battle Bus drin sein. Die Stormender, das ist eine Shotgun. Die Ram 7. Da wundert es mich, dass sie da den richtigen Namen nehmen. Weil die Waffe kennen wir aus, ich weiß gar nicht aus welchem COD wir die das letzte Mal hatten. Das ist schon ein bisschen her. Aber war immer eine Waffe, die sehr viel Spaß gemacht hat. Die HRM9 kommt in der Season. Das heißt, es wird Mid-Season sein. Genauso wie die TAC Evolver. Allerdings glaube ich, dass die beiden erst so Mitte der Season am Ende tatsächlich da sind. Trotzdem, fünf neue Waffen in der Season finde ich absolut legitim. Dann kommen neue Operator. Die interessieren mich einen absoluten Scheißdreck. Und es kommt etwas Neues in Black Cell. Und den werde ich gar nicht erst nennen. Denn Black Cell ist Scam. Wenn ihr darauf reinfällt, okay. Aber dann bestellt euer Playstation Guthaben über MMOGA. Weil das lohnt sich dann für euch. Das ist so ein bisschen das, was die Waffen angeht und Warzone angeht. Dann Modern Warfare 2. Multiplayer. Das, wofür wir alle Geld gezahlt haben. Wir kriegen Miet. Also Fleisch. Das ist in so einer alten Fleischerei. Soll wohl ein bisschen gruseliger sein. Wir kriegen Griechenland. Wir kriegen Rio. Rio. Halt Brasilien. Und Training Facility. Ist eine 2 gegen 2 Map. Also eine Gunfight Map im Prinzip. Dazu die beiden neuen Killstreaks. Die Karten an sich habe ich so ingame noch nicht gesehen. Die hat wohl noch keiner geleakt. Freue mich aber, dass wir komplett nagelneue Karten bekommen. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr zufrieden mit dem Status, den wir haben. 16 MW2 Maps plus die Karten aus MW2, die zurückgekommen sind. Plus jetzt wieder 4 bzw. 3 neue Karten. Damit persönlich kann ich sehr gut leben. Und auch die Karten jetzt gerade Terminal 24-7 macht Spaß. Ich persönlich habe 3 Runden Shipment und Rust in der Playlist gestern gespielt. Und dann wieder die Playlist geändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, Mädels. Aber ich kann Shipment nicht mehr sehen. Und es ist mir auch zu langweilig. Deswegen, wir haben eine gute Kartenauswahl. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da haben. Da gibt es nicht viel, was ich ehrlich jetzt groß kritisieren kann. Ansonsten, Rank Play kommt in der Season. Ich hoffe, sie kriegen es in den Griff, dass nicht von den Top 250 wieder ein Drittel nur Cheater sind. Gunfight kommt als Modus. Da haben ja einige letztens gefragt. Ich sagte ja. Einige haben gesagt nein. Ich sagte ja. Ihr seht es, Gunfight kommt zurück. Headquarters wird in der Season wieder kommen. Das ist ein Modus, den wir aus MW, ich glaube 19 ursprünglich mal so bekommen haben. Da war er scheiße. Gefällt mir immer noch nicht. All or Nothing. Ich weiß nicht, was das ist. Team Gunfight kommt. Das könnte interessant werden. Und infiziert. Was auch cool ist, gerade als Content Creator. Es macht unglaublich Spaß, so mit dem Chat irgendwie ein paar Runden infiziert zu ballern. One in the Chamber. Prop Hunt kommt hoffentlich bald. Das heißt, so Multiplayer-Aspekte bin ich sehr zufrieden. Das hier macht mir Angst. Es kommt ein neues Center-Event. Und wer von euch Vanguard miterlebt hat. Game Release. Komplett Broken Game. Dann kam das Shipment-Event mit, ich wollte gerade sagen Center. Ich weiß gar nicht, ich komme gerade nicht damit. Krampus. Das ging irgendwie vier Monate. Sledgehammer war nicht mehr erreichbar. Die ganze Karte hat gebrannt. Krampus hat ein bisschen die Träume verfolgt. Ich hoffe bei Gott, dass das dieses Jahr besser wird. Ansonsten hier Dune Part 2. The Boys wieder. Das sind alles so Skins. Das juckt mich einen Scheißdreck. Ich habe sie erwähnt. Ja. Okay. Ich habe für alle erwähnt, dass sie dabei sind. Und das reicht dann. Wir kriegen einen neuen Warlord. Okay. Neue Prestige-Challenges. Finde ich ganz gut. Für Zombies eine neue Wunderwaffe. Neue Baupläne. Neue Eta-Rifts. Und neue Story-Missionen. Und ich weiß, viele von euch suchten Zombies. Ja. Ich finde es okay. Mich haut es jetzt nicht um. Aber es ist halt okay. Und ihr habt Spaß. Das heißt, da kommt ein bisschen was. Dazu Vortex, Sporyard und Tetanus. Ich denke, dass ihr, was Zombies angeht, euch dieses Jahr bisher nicht beschweren könnt. Ob rundenbasiert oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sieht für mich sehr danach aus, als wenn an euch auch gedacht wird. Und wenn man sich all diese Sachen anguckt, die wir dieses Jahr allein in der ersten Season bekommen, muss man fairerweise sagen, und das sage ich in vollster Überzeugung, so wahr ich ein The Walking Dead-Shirt trage, Infinity Ward sollte man. Im Gegensatz dazu kann man ja mal Season 1 von MB2 vergleichen, wo sie drei Jahre für Zeit hatten. Man sollte jeden einzelnen Verantwortlichen von Infinity Ward verbannen. Verbannen von dieser Franchise. Verbannen davon, dass sie jemals wieder ein Call of Duty erstellen. Sollen sie doch ein eigenes Projekt machen, wo sie all diese Dinge, die sie unbedingt in einem Call of Duty haben wollen, implementieren. Dann kann man sowas wie ein verlangsamtes Insurgent Sandstorm spielen. Für alle, die darauf Bock haben, bitte, aber bitte nie wieder ein Call of Duty. Call of Duty ist ein Run-and-Gun-Game. Es geht darum, Leuten in den Kopf zu ballern, in den Kopf geballert zu werden. Auf farbenfrohen Maps, wo Spaß an erster Linie steht. Und nicht deprimierende Farben, deprimierendes Clunky-Movement und all diese Sachen. Das heißt, bisher, ich muss es ganz ehrlich sagen, eure Meinung, ihr dürft sie gerne in die Kommentare hauen. Bisher, ich bin zufrieden mit dem, was wir unter den Umständen von MB3 haben. Mir macht Spaß. Ich freue mich auf die Season. Ganz ehrlich, viel besser geht es aktuell nicht. Leute, lasst ein Komi da, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal.